Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Champions Strike! Jo, ich habe jetzt hier eine neue Tour. Und die sieht richtig gut aus. Und da will ich jetzt einfach mal reinschauen, was da drin ist. Das sieht nämlich echt cool aus. Wir haben einmal wieder Gold, wir haben Magiesperre, wir haben einen Krieger, wir haben die Augenstrahlen und... ...einen Kremlin-Truck. Ok. Jo. Da habe ich jetzt eigentlich echt ein bisschen mehr von erwartet. Dann habe ich hier bei den Missionen wieder ein paar Sachen. Was haben wir da? Drei Sachen erhalten. Magiesperre. Dann habe ich hier wieder eine Truhe. Die können auch mal ein Krieger. Und nochmal beim Zwerg ein bisschen was. Hier ein bisschen Gold. Ehalten. Jo. Hm. Sehr geil eigentlich. Dann haben wir hier Erfolge wieder. Da was zum abholen und da was zum abholen. Und dann bin ich eigentlich auch schon so ziemlich durch. Hier kann ich jetzt die nächste Truhe entsiegeln. Da im Shop gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, ok, das ist cool. Ähm. Krieger und Katzen schützen. Der Krieger. Naja. Im Clan ist hier noch was passiert. Verliebte Clips. Die Kaisers Armee gegen Warhammer. Drei Stunden und 48 Minuten. Wollen wir mal ganz kurz reinschauen. Wie das bei jemand anderem aussieht. Wir gucken dem mal ganz kurz zu. Ist auch ganz cool, dass man da mal zuschauen kann. Bei jemand anderem. Die vermutlich etwas. Einiges besser sind als ich. Okay. 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 Aqui. Ich bin dran. Ich bin dran. Hier. Hier. charming. Dies. Hier. Unwär. Hier. Hier. Seid Sie. er sieht aber stark danach aus als würde er jetzt tatsächlich dann auch gleich hier seinen champion verlieren gerade wo ich sage ist der champion weg mein gott was hat denn hier alles für sachen oh mein gott das war hart das war jetzt wirklich hart zwei punkte auf einen schlag gemacht und jetzt könnte er eigentlich zum gegenland rüber gehen ja jetzt nehmen sie das jetzt haben die keine chance oh mein gott ja das ding ist für den gegner gelacht nein doch nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott alter ist das ein krasses match ok cool nico sind wir vom hinder sein ok nico sind wir vom hinder sein ok oh mein gott sudden death und jetzt oh ja jetzt gewinnt das gewinnt das was ein geiles match ey es war ein cooles match war ein cooles match definitiv definitiv geil sehr schön sehr cooles match sehr cooles match sehr cooles match sehr cooles match karte anfordern sammelte karten sammelte karten ok avalanche ja würde ich mal sagen dann machen wir jetzt mal unsere eigenen kämpfe und gucken mal gegen wen wir jetzt antreten müssen aus den philippinen wieder der marhes machen wir mal wieder so 3-4 matches schick mal den kremlin zurück los bon �� das ist echt nicht gut fader mach den doch mal down oh mein gott Oh my god, oh my god. Holy shit. Das wird's nicht loslaufen. Ich mach das Ding kaputt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das sieht nicht gut aus. Ein Vierer gegen ein Fünfer. Das ist halt nicht gerade verrauschend. Mit was kommt der denn da an, ey? Das ist doch nicht normal. Sonst komm, marschier da durch und mach die Punkte gegen den. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, das war ein ziemlich krasses Match, 3-1 habe ich das verloren, das ist nicht schön, ich habe es verloren, im Gegensatz zu dem ersten Match, was wir aus den anderen Spielern gesehen haben, so, komm, weiter geht's, so schnell geben wir nicht auf, aus Indonesien, Whisky, dann kommt mal, mal wieder Whisky. Na ja, du greifst mich direkt an, das finde ich jetzt persönlich nicht wirklich schön. Ein Champion müssen wir echt schützeln müssen. Oh, awesome! Das war's für heute. So, dann lassen wir den Zwerg nochmal mit anmarschieren. Jetzt den Goliath. Dagegen machst du in der Regel halt echt nicht viel. Er konzentriert sich halt jetzt auf den Goliath. Oh mein Gott. Das war jetzt echt schlecht von mir. Ich bin sehr schlecht. Jetzt krieg ich hier deswegen einen Zutten. So, jetzt noch einmal hier durchmarschieren mit dem Goliath. Ich habe so schlecht gespielt. Das war echt nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott war das schlecht. Das kann ich nicht glauben. Dass ich das jetzt verloren habe. Oh mein Gott. Das war wirklich nicht gut. Frankreich. Gorillizio. Oder Gorillito. Oh mein Gott. Das war's auch nicht. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Alter, was ist das? Alter, was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich zurückziehen. Nein, 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 das kann doch mal jetzt nicht wahr sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt kriege ich aber richtig den fuckfold gerade, was ist denn da los? Oh, oh mein Gott. Drei Matches in Folge verloren. Ich brauche jetzt mal wieder einen Sieg für meine Ego, sonst ziehe ich durch Thailand. Kann ja sein, dass alle besser sind. Ich brauche jetzt mal wieder einen Sieg für meine Ego. Ich brauche jetzt mal wieder einen Sieg für meine Ego. Ich brauche jetzt mal wieder einen Sieg für die Ego. Ich brauche jetzt mal wieder einen Sieg für meine Ego. Und direkt jetzt auf Anika. Direkt auf Anika. Nein, nein, ich muss zurück. Ich muss zurück. Nein, 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 nein. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Oh mein Gott! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Oh mein Gott! Das kann doch einfach nicht wahr sein Das kann doch einfach nicht wahr sein Der Woll, den habe ich jetzt wenigstens mal. Nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Sollten headscal if I put them in the back. Listen. Okay, let me go. All right. Get ready. Please. I'm so sorry. Oh no. No, no, it won't be. Our last point didn't stay. Okay, I'm so sorry. Aw, yes. Oh no. I'm so sorry. ared tension, I'm so sorry. Oh mein Gott, das ist ja die schlimmste Experience die ich hier jemals hatte. Oh mein Gott. Ich mach das Ding jetzt einfach mal auf und hoffe dass irgendwas anständiges drin ist. Ich brauch das jetzt. Den Meteor kann ich upgraden. Und das mach ich auch, 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 das brauch ich jetzt. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Ja. So jetzt mach ich mal überall ein Upgrade. Erfolge? Was denn für ein Erfolg? Dass ich die ganze Zeit jetzt verliere oder was? Was soll das für ein Erfolg sein? Tolle Wurst. So. Ähm. Ich geh nur mal ins Deck rein. Info Upgrade. Info Upgrade. Info Upgrade. Mit. Hab ich nicht. Kost nicht viel. Also das ist ja unfassbar. Ich brauch jetzt nen Erfolg. Irgendein Match muss ich doch jetzt gewinnen können. Das gibt's doch gar nicht. Indien. Madis aus Indien. Leute 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 Leute. Viel Glück. Sag doch. Oh mein Gott. Müsst ja das Ding jetzt laufen oder? Das versteh ich jetzt grad gar nicht. Warum müsste. Nicht dieses Teil jetzt hier holen. Jetzt heißt es eigentlich verteidigen. Ich hab mal endlich jemanden gefunden der genauso wenig Plan hat wie ich von den Spielen so wie es aussieht. Was hat der denn da überhaupt drin? Nein 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 nein. Ich muss verteidigen. So jetzt lassen wir den auch nochmal mit vorstürmen. Oh mein Gott ich hab mal endlich ein Match gewonnen. Ich hab endlich mal ein Match gewonnen. Oh mein Gott das hat jetzt. Das war jetzt so wichtig gewesen. Das hat jetzt so gut getan. Ich hab ja schon gar nicht mehr dran geglaubt. Das hat jetzt echt gut getan. Ich hab das Tor bekommen. Das ist ja unfassbar. Auf gehts. Noch ein Match. Brasilien. Oh mein Gott meine Erfahrungen gegen die Leute aus Brasilien waren. allesamt nicht wirklich zu viel stimmend. Oh mein Gott. 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 Geh schnell zurück. 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 Holy Macaroni. Die haben aber auch alle mehr als ich. Ne? Oh nein, oh nein Mach den down, ey Alter, was war das denn? Was zum Anker war denn das? 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 Tja, was tun jetzt hier, ne? Was zum Anker war denn das? Was zum Anker war denn das? Was zum Anker war denn das? Das war's. 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 Wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Ich hab gewonnen, ne? Jawoll! Oh mein Gott! Das war eine ganz, ganz enge, heiße Kiste gewesen. Holy Macaroni. Jesus, Maria und Josef. Das war ein krasses Match. Ja, bei 266 jetzt. Warum krieg ich den Sheriff? Den hab ich ja schon. Selten zwei, Silbertron, Normal, Gremlin-Transporter. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, wenns euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare aus, was das denn im Spezialverhältnis. Gratis einmal? Ich bin doch gar nicht aufgefallen. Bleibt mal da. Oh, ich kann den Sheriff sogar upgraden jetzt. Das ist natürlich geil. Das sieht ein bisschen aus wie ein Waschbär, ne? Ja, Folge hab ich jetzt auch noch ein paar. Sehr geil. Und hier bei den Missionen hab ich auch noch ein bisschen was gemacht. Krieg ich auch das noch mit ihm zu. Ja. Sensationelle Matches jetzt hier heute auch. Und zwar teilweise ganz schön den Frack vollgekommen. Ja, geil. Guck mal, jetzt hab ich hier auch wenigstens mal, bin ich auch ein bisschen aufgestiegen. Und jetzt hier Level 4 gefällt dir Champion Strike. Später natürlich. Mach ich dann noch. So. Das kann ich auch wieder upgraden. Mach ich auch. Ja. Und auch der wird nochmal geupgradet. Mega, 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 cool. Ja. Das Teil hier ist halt auch sehr stark, ne? Die Kanone. Ich hab jetzt ein paar Mal schon gesehen, die Kanone mega stark eigentlich. Aber ich wüsste aktuell nicht, wofür ich sie einsetzen soll. Also. Wenn es euch verletzt, mal bitte einen Daumen nach oben. Da schreibt es in die Kommentare. Aber nicht in die Kanal. Und schalt's jetzt mal wieder ein, wenn sie da ist. Champion Strike. Mit mir, dem Herrn, gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.